Hallöchen ihr Pokémon-Freunde, ich bin auch mal wieder da mit einem weiteren Let's Play von Pokémon World Online. Wir waren stehen geblieben von vor, ach keine Ahnung, zwei Wochen bei dem Arena-Leiter, da habe ich ja irgendwie so ein bisschen gefehlt und da wollen wir mal gucken, ob wir das noch nicht mehr hier jetzt schaffen. Ich habe übrigens versucht ein paar Trainer zu besiegen, um ein bisschen stärker zu werden, der ist Level 19, der ist 16. Ja, die Trainer, die kann man ja wieder bekämpfen nach zwei, drei Wochen und die werden aber auch selbst stärker, habe ich gemerkt. Da habe ich dann auch wieder ein paar Mal verloren. Ja, wie ihr seht, die wollen alle auch wieder gegen mich kämpfen. Ich hoffe, ja, ja, damit habe ich auch ein Problem. Wieso werden die denn stärker, was soll das denn? Vor allem der Arena-Test, bestimmt auch viel stärker. So, also die Attacke war gut, äh, Feuer, ja, wollen wir mal gucken, ob ich das nicht schaffe. Hehehe, Level 17. Okay, das ist gut. 6.000 EP. Ich brauche 5.000 bis zum nächsten Level. Sieht doch ganz gut aus. Labernischt. 26, ey. Der ist 9 Level höher als ich. Ein Raupi. Das geht ja gar nicht. Was ist das denn? Tackle? Oha. Irgendwie leckt das so ein bisschen. Ja, ich lade im Hintergrund was runter. Wenn das Häuser noch funktioniert, also wenn das Häuser noch fertig lädt, habe ich noch eine Überraschung. Also ein Special. Let's, ja, Let's Play ist es nicht, aber ein Special. Ey, Level 18. Ich hätte mir irgendwie, äh, einen Tank oder so kaufen sollen. Ja, genau, das habe ich letztes Mal vergessen. Einen Trank. Das kaufe ich mir lieber vorher. Gut, so, was macht er jetzt? Ah, noch so'n Ding. Yay, Feuer. Nein! Jao. Und jetzt nochmal und dann geht das doch. Da krieg ich mich nicht. Los. Jawoll. Nicht Level 19? Ah, ich bin tot. Achso. Scheiße. Ne. Bin ich tot? Ein HP. Jetzt bin ich tot. Haha. Toll. Double KO. Das ist ja auch mal was. Gibt's hier nen Markt oder so? Eigentlich ist das hier nen Markt gewesen. Ne, da oben. He, he, he. Ich hab 3000... Genau. Lastwagen. Mal wieder. So, da, Poison. Äh, 300, 300, 3000, 10, äh, 5. Achso. Ja, dann komm, dann nehm ich nochmal 5. Ja. Was ist der? Der Barz. So, ja. Das habe ich 10 Poisons und äh, Portion... Ne, Poison ist ja ein Gift. Po... 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 Portionen. Eine Fresse. So, jetzt aber. Der nächste Bugcatcher. 18 und 19. He. Gegen... Gegenüber 25er. Ja, hier 26. Ganz toll. Alles Käfer. Ich hoffe mal, schaffe ich hier alles. Ah, nein. Der hat nicht so nen... Warte mal. Kann ich bestimmt irgendwas anderes noch machen. Hier. Leer. Leer. Ja. Minus 10 Defense. Bringt dat wat? Naja. Ha, die brennt. Los nochmal. Oh. Los jetzt. Jetzt. Yay. Will ab? Ne. Boom. Next. Oh. Spinnerack. Boom. Wie sieht das nur so wenig? Ich glaube, das war super effektiv. Nein! Äh. Okay, das ist doof. Äh. Ja. Kann sowieso nichts. Nicht in der Erinner hier. Äh. Hier, Defense. Nein, Defense. Plus 30. Oha. Oha. Mach mal irgendwas anderes. Mach irgendwas anderes. Komm. Na. Ja. Hab ich gewonnen? Ja. Hehehe. 0,20. Oho. Glück gehabt. Ich sollte die Igla war ein bisschen höher sein, ey. Na ja. Ja. So. Ach, wieso leckt das denn? Ja, ja. Ich hab ein... Ohr, ich kann hier rein. Ich hoffe mal, der Arenaleiter ist nicht äh, stärker geworden, sonst hab ich ein echtes Problem. Alter. Ist das ne Autobahn hier oder was? So. Ja. Dann hab ich ein echtes Problem. Weil irgendwie... Es hat ja noch angerufen. Schma. Ne, ich kann nicht. Ähm. Ja, gut. Was die? Oh mein... ...den Chip mal hier weg. Stört. Yay, und nochmal. so ja aber nicht viel fast level 20 einmal noch na toll mal schauen ob ich das schaffe hier kein schein los machen wir hier erstmal die fans reich macht die fans was soll das denn kann jetzt mal attackieren hallo ich bin mir in 850 nein nein okay Okay, äh, jetzt mach ich irgendwie, warte mal, versuch mal mit Poison irgendwas zu machen. Ah, geht nicht. Toll. Achja, es ging ja nicht. Äh. Und der braucht nur noch so ein kleines bisschen, denn das ist ja Level 20, ey. Komm. Ja, toll. Ich, äh, der ist Level 20? Okay. Okay, beide Level 20, ähm, ja. Ich hoffe, der Arena ist nicht stärker geworden. Und wenn, dann verliere ich und dann wird er das nächste Mal noch stärker. Ey, da hab ich echtes Problem. Oh Gott. Gut. Ich hab doch nur 21 Red Points. Können wir noch nicht solche Starken da rein tun. Baxi. Jetzt kommt's. Ha! Level 16! Der ist doch nicht stärker geworden. Oh, gut. Ja, ja. Das labert ja jetzt immer noch. Boom! Das ist ja jetzt ja kein Problem mehr. Hoffe ich doch mal. Yay! Nächster. Fainted. So. Da haben wir das Problem nochmal. Ah! Yay! Aber wieso kann man keine Trecke benutzen? Wie soll ich denn das in den Top 4 machen? Ist der behindert? 21! Sichler. Der ist geil. Will ich haben. Ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht. Ich, äh, sende einfach mal hier meinen kleinen Stein raus. Gucken, was der so kann. Machen wir hier, äh, Steinwurf. Du griffst dir mal mit Steinen. Yay! Gewonnen. 20, 21. Ah! Geht doch. Wow, amazing. Mehr da nichts zu sagen, Leute. So. Jetzt, da ich diese ganzen übelstarken Trainer hatte, ist er jetzt schon 21. Und etwas stärker als die normalen Trainer hier. Das finde ich doch gut. Jetzt muss ich immer noch diese Kacke hier finden. Oder der lässt mich so durch. Keine Ahnung. Thunderbush will behind the entire tree. Ja. Toll. Ich hab... Bevor ich den Let's Play angefangen hab, hab ich schon 5 Bäume durchgeguckt und der hat die ganze Zeit gesagt, das ist das Falsche. Der will mich voll verarschen. Ja. Ja. Siehste. So. Da ist ein Busch. Da ist ein andersfarbiger Busch. Ja. So. Jetzt hab ich so eine Leap gefunden. Ich weiß auch noch nicht, was das heißt. Ja. 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 Jetzt. Jetzt aber. Das ist der richtige. Ahaha. Ich hab nen Porrenta gewo... äh. Bekommen. Warte mal, ich hab... Was hab ich bekommen? Ich hab 2 Poisons bekommen. Po... Portionen und... Ein Porrenta. Ist ja geil. Lass mich aber da durch hier. Ja. Cool. guck mal ob ich das trainieren kann jetzt direkt was kann das denn eigentlich was ist das für ein typ nachher kann der wirklich nichts so hier ja doch nicht ja das doofe ist man kann auch das ist voll die Falle gewesen Midoran Mail Pack und Set Attack Pack ja kann nicht viel ich tausche jetzt einfach mal und dann kriegt er auch EP ja das bringt ihm nicht viel los glut gut yay das ist Level 11 noch einer und nochmal nein auf yay ein Vulcano die Säger sind so toll blau na den kämpfen wir jetzt gegen alle hier ja komm gegen den Baras Level 12 und Pack was nicht okay nochmal Pack nochmal Pack ich scheint einfach nicht nur ganz schön stark zu sein Pack sind noch ein Leben einen noch ja Dann nehme ich mal hier so ne Prossen, ne? Prossionen Nein! Leer! Na genau, zwei miteinander Das brauche ich mir auch noch selbst Ja genau, dreimal hintereinander Eine Fresse Hmm Machen wir den mal Solenders Los Steinwurf Oh Sie sind ja alle so dumm und hauen dich selbst Ja genau Echt ein bisschen lärmlich Los, jetzt mach was Schwierig jetzt mal miteinander Wunderlich Da jetzt Jetzt hat was Yay Muss man einmal treffen Jetzt nochmal Los Yay Was hat er jetzt? Haha Self destruct Äh Gegendecker Geil 21 Weiter Geil Boom So Äh Der K-Man Ehm Ja Der nimmt mir keine Pokémon ab oder was Idiot Ey Goldenrod City Pokémon Center Klar So Das ist der Riesenmarkt Ne Jawoll Cool Mal schauen, mal schauen Wir sollen mir die Pokémon abnehmen, Mann Was Alles klar Ah Hier Der Kalei Äh Toll Wirklich Oh mein Gott er hat mich gesehen Hat er gerade gesagt Mauzi? Ja Mauzi Peck Na toll Ne Eben anders Feuer Feuer Irgendwie ist der doof Hm Ich spare mir noch ein paar Trainer auf, falls ich wieder verlieren sollte Oh Kann man hier was kaufen? Oder spielen oder so? Ne Die sind ja doof Hier kann man mit dem Zug fahren, ne? Ja Cool Was ist das hier? Nichts Da Doorkeeper Lassen So Was gibt es hier? Wollen wir nochmal hier wechseln Wollen wir nochmal gucken was wir so können Damit wir für das nächste Let's Play Bereit sind 17 Okay Okay Schon mal 1000 Das ist recht wenig Ja das sind alles normale Pokémon bei denen Doof Doof Hm Dann glaub ich trotzdem noch mit Feuer an die ganze Zeit Das ist ja Ja das ist ja Was ist das? 3 2 2 3 1 2 2 Na ja, kleinen Stein. Er macht das schon. Irgendwie. Na toll. Dieses kleine bisschen. Ach, geht doch. So, ja, dann würde ich mal sagen, sind wir schon in der nächsten Arena angekommen und in der nächsten Stadt und macht er da. Und würde ich auch mal sagen, bis zur nächsten Let's Play. Yo, bis dann.